um ich bin zuerst Prozent ist es nicht so Prozent wie sie gerade in diesem Raum gefangen hier macht keiner an sich auskommen das ist wieder mal sich in die Früche das muss ich vermacht beim Basel es geschafft weil es ist erst mal gespielt hat Prozent sich das recht und das Land hat sich machen sollte das ist ja nicht was sie sind wer sich drauf springen hier durch schwarzen bildschirm und ein akron ja diesen zwischen älter was was jetzt hallo weg mit dir ha jillico ah ausgetrickt habe ich dich du knutschvieh ich sehe schon durch ne ne ok zu wissen das vielleicht hier rein und dann noch hoch vielleicht so ah das da ich dich es es so da 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 wahrscheinlich muss ich jetzt wieder zurückgehen und dann ist es offen bitte vielleicht und ich lag falsch da jetzt habe ich es kapiert aber jetzt muss ich dort nicht kommen oder wenn ich jetzt hier ach diese scheiße nicht ich es es muss man ja auf die tür kommen jetzt alter ich wissen okay schätze durch tür wechsel hier ich habe schon jetzt muss aber geht ja ein fluss Applaus Ja, wie sie geschehen Nein Ja 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 die statue haben die machte die kumpas weiß man nicht so da haben gewusst geräusche ich kann abgekratzt oder warte mal und was machen gar kein geräusch oder das ich freue mich schon auf das neue das ist ein Mensch das ist ja scheinbar so fliegt auch Was? Bowser? Was ist denn so Liga? Sind alle Gegner? Scheiße! Wo habe ich den Schutzschritt genau falsch eingesetzt? Ey komm schon! Hä? Komm schon! Komm schon! Nein! Alter! Aber so macht mich voll fällig hier! Oh! Oh! Hab schon Bombe! Ja genau! Das war sehr gut! Ey! Außer! Wie hier! Und so! Die Bombe hat's gemacht! Doch! So! Aber! War das wirklich Bowser? Befreien ihn mal! Scheiße! Ich bin mal vorgelegt! Es sieht nicht ganz so aus! Ist denn diese Partie? Oh! Das ist der wahre Bowser! Höh! 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 Fox Alter, wir haben schon jetzt den äh, viertel Part? äh ja, ich glaub äh, haben wir jetzt schon unglaubliche 13% abgeschlossen da part? da part? ach, keine Ahnung wir haben wir Lukas von den Earthbound-Teilen auch wenn ich die eingespielt hab, aber egal oh oh, was ist das? h verabredet sey als ex-crawling level im the last Die Schraubenschrift noch hoch? Warum das denn? Einfach nur weglaufen. Nein! Ja, sei mal der Pro hier. Und die Statue macht alles platt. Pass hier rein? Ja, die passt rein. Oh! Nein! Nein! Das wollte ich machen. Das lag. Das war ein harter lag. Wow! Ja! Sie ist weg! Gut, da können wir ja weiter machen. Was? Nein! Du, 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 du. I lost. I lost. Ness. die statue ist aber was ist das der wirklich keine ahnung was ist aber ich war übrigens beide jetzt nicht so gerne im spiel finde ich jetzt nicht so also nicht so gut nicht so geil zu spielen finde ich es ist ja das ist ein kleines charakter also meinstherr porc ist voll creepy hier wahrscheinlich ist genau deswegen nur das spiel ab 12 würde ich mir übrigens wirklich vorstellen ich sehe nichts also ihr seht nichts, ich seht nichts, aber ich mach's fertig auf jeden Fall ja, wir können wieder auf das Spiel zu entfernen auf den Bildschirm oh, ähm, ja jetzt spielt mir Lukas Alter ne, manchmal leckt das Spiel wirklich ein bisschen wie, Alter Alter warum leckt denn das so? ich hab außerdem Aufnehmen und der Uhr links auf und Skypack aber eigentlich, ich höre die Aufnahmeleck nicht mehr als das bei mir weil sonst ist es ein bisschen schade Borki ist besiegt nur die Aufnahmeleck nicht mehr die in der der Töte er hat sich für ihn geoffert hehehe 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 so das war aber die Zerstell von dem Part Let's Play zum Beispiel zum Beispiel ich versuche nicht von von der wo ist das wenn ich ein Negativ sagt aber warum und ich würde sagen tschüss